Moin, da sind wir wieder. To seven days to die. Genau. So, pass auf, ich habe jetzt die drei Komponenten für mein Schießeisen mitgenommen. Wenn der Händler was hat, kann ich es gleich zusammenbauen, dann können wir gleich losdackeln. Dein Rucksack holen. Genau. Ein Drittel. Komm ich von deiner Kuh. Nix ist. Du loist jetzt schon los? Ja, wieso? Oh! Ja, Luis, komm. Soll ich mit dir laufen, oder was? Willst du schon alleine zu deinem... Ist egal. Ich kann ja schon mal in die Richtung laufen, ja. Heute hat er auch gleich ein Ding für mich. Ein Buch für meine Harley. Meinst du? Willkommen. Gehen wir mal bitte aus dem Weg hier. So, ich guck gar nicht, wie ich jetzt am geschicktesten da hingehe. Versuch mal bitte nicht zu sterben. Ich bin dann ja alleine. Ich gehe jetzt einfach hier geradeaus weiter. Komme ich automatisch da hin. Ne, ich warte vor dem verbrannten Gebiet auf dich dann. Ich tue so lange hier ein bisschen ähm... Nester suchen und so. Mh... Mh... Und guck und nebenbei, dass ich nicht erfriere. Und dann denk daran, du besorgst ja alles fürs Feuer. Dann machst du halt ein Feuer kurz. Ich habe aber jetzt leider nichts dabei. Wieso bist du immer so unvorbereitet? Weil ich nur meinen Rucksack holen wollte. Ja, weil du hast ja vorhin schon die Angst gehabt, dass du höchstwahrscheinlich frieren wirst. Ja, macht nix. Wollt schon schief gehen. Ja. Das glaube ich auch. Im verbranntem Gebiet kannst du ja eigentlich gar nicht erfrieren. Nee. Da ist doch immer warm. Theoretisch. Also da habe ich noch nie gefroren. Da habe ich eher immer an... Äh... Du hast ja... Du hast ja gesehen, dass ich sogar in der Wüste gefroren habe. Ja, das muss ein Fehler gewesen sein. Was das war, das kann ich mir auch nicht erklären. Zumal ich habe das Video ja gesehen. Und deine Werte sind so schnell runtergegangen. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, ne? Noch nie. Selbst wenn man im Schneebiom ist. Nackt. So schnell. Das war ein Fehler. Ja. So, ich bin jetzt kurz vorm verbrannten Gebiet. Ja, ich bin jetzt bei Horsti hier. Ich glaube, mich haben hier ein paar Anhalter aufgehalten. So. Mal gucken, ob er was für mich hat. Moin. Ich habe da eben was Knurren hören, ey. Ich habe eben erst gedacht, das wäre wieder ein Hund, ey. Der Heldchen war gekotzt. Den Hunden komme ich irgendwie noch nicht so klar. Ja. Ja, die sind auch schwer ähm. Wendeln. Außer mit der Schrot. Da geht das immer leicht. Also wenn du dir doch lieber vielleicht eine Schrot machen willst oder so. Wird natürlich nicht für mich. Ja, ich warte dann auf dich, ne? Ja, ja, ich komme jetzt. Machen wir noch Zeit. Tag 21 war dritte Horde noch, ne? Mhm. Ich vergesse immer diesen scheiße Teilreichs. Ja, habe ich auch erst gerade so dran gedacht. Hallo Hirsch. Schade, dass ich dich nicht töten kann jetzt. Ja, das würde ich jetzt dir nicht empfehlen. Jetzt mal mit rohem Fleisch rumzulaufen. Und da ist noch ein Schwein. Ich bin verlockend. Ich bin verlockend. Kommt es doch gerade zu mir, ne? Ja. Warum? Ich meine so. Schon Angst, oder? Nein, Angst habe ich nicht. Ich habe noch kaputt wieder zu sterben. Nein. Du hast jetzt schon eine Acker? Nein, er hat nichts für mich gehabt. Nichts hat er gehabt. Aber, ich guck mal gleich, wo genau du bist. Warte mal, hier bist du. Warte mal, hier bist du. Ich bin da jetzt. Dann gehe ich nämlich nachher ein Stück weiter, weil wir dann eine Tasche geholt haben. Die zum zweiten Händler. In der Hoffnung, dass dann meine Quest mal aktualisiert wird hier. Und... Vielleicht hat der ja noch das Verschlussgehäuse für mich. weg, gell, 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 gell. Aber, siehle, gell! Ah. Willst du den Weg lang gehen oder was? Hm? Willst du den Weg lang gehen und es verbrannt oder was? Erstmal hole ich mit dir deine Tasche und denke ich zum Händler. Hm. Hm hm hm. Hm hm hm. die Tür wieder aus dabei eh und Richard mit dem Schatz, kannst du den alleine heben oder? Weiß ich nicht Musst du da wissen Bist du da? Ja Moin So, wollen wir Ja, los Das ist halt ein ganzes Stück, ne? Ja? Dann komm mal mit Was? Dann lass uns bitte fix den Weg hier folgen wenn das ein Stück ist Komm mit hier Dann können wir auch erst kurz hier vorne zum Händler und dann gehen wir dann Backlifts hoch Also hier auf dem Weg ist, wenn nach links hin zu gehen auf dem Weg ist Na, auf dem Weg ist Oh 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 Das war's für heute. All the burning hunts. Okay, ich müsste gleich ins Video kommen. Hey, ich glaubst du meine blöde Quest wird aktualisiert? Okay. Hast du immer noch, ja? Ja. So. Wie? Wie? Was brauchst du? Wieder mal raus, du hast sogar eh keine Kohle mit. Ah, jetzt zeig dir alles an, okay. Was ist das? Im Talagam ist angezeigt. Wir haben dieselben Sachen drin hier, glaub ich, ne? Meinst du? Glaub ich fast ja. Können wir gleich mal checken. Ja, das natürlich auch nicht, ey. Oh man. Ich brauche... Ich brauche Verschlussge... Verschluss... Warte mal, wie ist das? Verschlussgehäuse für die AK. Ah. Da ist er. One. Wenn du es verbringst, dann gehst du es. Schrottflinten für das Schutzgehäuse... Jackgewehr... Ne? Wann kommen die hier rein? Weiß ich nicht. Moin. Morgen haben die wieder... Lass mal weitergehen. Morgen haben die wieder neue Sachen. Okay, na gut, jetzt musst du vorlaufen. Holz anfangen dich fest. Wölge es du Stein hin. Äpfel arriver. Woh... Mach das. OK. Das ist etwas zu tun. kommen wir hier nicht hoch oder was ein bisschen abruf hin oder was müssen wir bis zu den abruf hin weiß ich jetzt nicht habe jetzt nicht geguckt wir laufen aber richtig kompliziert ich bin hier keine berge hoch und runter gelaufen hier ist das wasser so jetzt kommen wir zu dem gebiet hier ja das ist das nächste problem hier wir treffen auf garantie auf den köter wie weit ist denn das noch da ist noch ein stück ich wäre eben gerade fast in eine reingetreten das ist doch eine hier ne oh scheiße ja nein nein da kommt der nächste ich bin schon mal ich bin schon mal infiziert scheiße hier sieht man auch nicht richtig die minen ne doch wenn du genau guckst ja da kommt eine horde ach du scheiße hier auf dem weg liegen keine minen boah das sind zehn stück das muss nur gleich vier sein da liegt es doch da liegt es doch noch um das was auch da kommt die ganze horde zwei habe ich schon Na viel sinds ja nicht. Der Rest ist abgezogen.